Wir haben sehr viel Arbeit vor uns, denn wir müssen heute ein bisschen was an Blöcken setzen. So, wir haben das Muster gehabt, 3. Ne, das heißt 3 so. Warte mal, jetzt müssen wir kurz überlegen. Jetzt haben wir nämlich hier, genau, 3 so. Warte, das wären 4. Wir werden das jetzt einfach mal alles, ne das ist auch 5 zu viel, so, zack, zack, wunderbar. Das heißt, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, hier wären 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, zack, 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 wunderbar. Ich glaube, wir müssen jetzt mal hier so einen kleinen Anfang finden, ne. Das heißt, 1, 2, 3, also 2, 1, 2, 3. Das sieht schon verwirrend aus, dieser Boden, ja. Das sieht so verwirrend aus, dass man gar kein Muster mehr erkennt, fast. So, 1, 2, 3, das heißt, das wären 2, das heißt 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, und 1, 2, 3 wieder, wunderschön. Genau, so, und hier wieder das da hin, und dann können wir hier wieder sowas machen. Genau, das passt hier wunderbar so ins Muster rein. Oh, da ist schon ein Stack weg, ne. Ich glaube, wir müssen nochmal Birken farmen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, jetzt haben wir das schon mal, gucken wir, diesen Schritt haben wir fertig. Das heißt, jetzt können wir hier quasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, dann können wir hier jetzt nämlich 1, 2, 3 setzen und hier 1, ne, das ist nicht, das ist falsch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, wunderbar, 1, 2, 3, und 1, 2, 3, so, wunderschön, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Zwei. Drei. Drei. Zack, zack, zack. So. Und das Ganze jetzt. Immer wieder. Ne, das war ein falscher Block. Der hat mich hier. Der fühlt mich hier in die Irre. So, wunderschön. Eins, zwei. Drei. Ja, genau. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Drei. Zwei, eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und hier auch wieder drei. So, und dann hier auch wieder. Eins, zwei. Drei. Eins. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Und eins. So, wunderschön. Guck mal, haben wir doch hier fast schon diesen Flügel fertig. Wo ist es aber dunkel? So, und so, und so, und so, und so. Ich meine, zwischendurch kommen noch mal ein paar Blöcke weg, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die dann, äh, ja, äh, wunderschön hingesetzt werden. So. Jetzt können wir hier nämlich, genau an die hier, die ganzen Sätzen. So. Ganz genau. So, genau, wunderbar. Hier müssen wir halt mal gucken, wie wir das dann tatsächlich gestalten wollen. Haben wir noch Birken? Zwei Stacks noch. Zwei Stacks. Zwei Stacks haben wir noch. So, genau, und dann können wir jetzt hier nämlich wieder eins, zwei, nee, warte, das war wieder falsch. Eins, zwei, drei, genau. Wunderbar. Ne, der ist auch wieder falsch. Genau, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, drei, genau. So, der letzte Stack wird angebrochen. Wunderbar. Wunderschön. Das heißt, wir müssen nochmal zwei Stacks gleich holen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Das war ein vierter. Das will ich nicht. So, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und eins, zwei und eins, zwei, drei. So, wir machen jetzt erstmal die Ecke fertig. Das heißt, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und ja, gut, das wird ja jetzt reichen. Eins, zwei, drei und zack. Ach, noch einer. Wunderbar. Dann müssen wir uns nochmal neue holen. Die reichen nämlich nicht. Das war nämlich abzusehen. Für alle. Zwei. Ja, komm, wir holen uns auch einen dritten Stack. Wir holen uns auch einen dritten Stack. Das ist schon mal nicht schlecht. So, der kommt nämlich dann genau so hin, Das sind nämlich drei. Das heißt, hier werden die tatsächlich so werden. Und so, das heißt, hier sind wir bei drei. Hier sind wir bei. Und hier sind wir bei eins, zwei, drei. Das heißt, eins, zwei, drei, eins. Ne, stopp. Das heißt, dann wird das so verschweinlich, genau. Also jetzt müssen wir jetzt wieder das Muster hier richtig kriegen. Genau, da sind drei, da sind das eins, zwei, drei. Dann sind das eins, zwei, drei. Dann kommt das so hin, dann kommt das eins, zwei, drei. Dann kommt das so hin, dann kommt das eins, zwei, drei. Genau. Jetzt sind wir nämlich hier wieder in diesem Workflow wie eben. Sind wir auch schon fast durch. eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Das war wunderschön. Eins, zwei, drei. 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 Und dann sagt, eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ne, warte, das war falsch. Der kommt nämlich frei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ne, das auch nicht. Eins, zwei, drei. Das muss eben wieder frei bleiben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Das war auch wunderschön. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. auch ehrlich so müsste das hinkommen wunderschön 3 1 2 3 und das nicht über eine fackel setzen so dürfen dort der boden theoretisch gewesen ja der boden ist quasi fertig das heißt wir dürfen den jetzt noch mal schälen oh ja das wird lustig so schaufeln nichts daraus hier aber die fackeln die bleibt die fackeln bleiben da das ist gut zu wissen aus birke wird gerendete birke das ist schon mal schön das ist schön zack 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 ich meine dafür geht halt ein bisschen haltbarkeit drauf aber so soll es dann kannst du durchlaufen zack 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 einfach durchlaufen einfach machen hier und muster machen und hier durchlaufen und war ja ich will doch was guck mal da das ist nämlich so rum das heißt hier kommt eins zwei drei so damit das auch durch dann haben wir das auch durch aber wir können jetzt ja alles entründen das ist schon mal nicht schlecht aber so geht das tatsächlich wunderbar ja das ist schön zack 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 das wird auch noch was aber das kommt ja dann dazu das kommt ja dann noch dazu das kommt ja noch dazu wunderschön 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 jetzt haben wir die diese sachen das war mir auch noch gerade wunderbar perfekt fertig machen hier so dass wir die ja dann auch alle entrinden können perfekt weg man wieder hin jetzt fehlt nur noch das licht das licht fehlt das licht das licht das licht das licht müsste ja theoretisch gesehen in der rettung ist sein kann es sein sollte sein ja wir wollen aber noch ein bisschen ein bisschen stöckchen das ist auch wichtig die brauchen wir auch das ist auch wichtig da können wir noch 32 fackeln machen und dann können wir jetzt nämlich die hier muss da immer vier stück auseinander 1 2 3 4 stück auseinander wäre 1 2 3 4 also hier das heißt 234 also hier wo 34 also hier 1 2 3 warte mal 1 2 3 4 also hier das heißt wir müssen tatsächlich noch ein bisschen bisschen mehr dekor machen so wahrscheinlich müssen wir uns überlegen egal später dazu später mehr so dann da stopp wir wollen schon abbauen da 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 und da dann das ganze hier weiter da 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 und da damit das nicht ganz so im dunkeln da endet so 1 2 3 4 also da 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 und 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 also hier ja wunderschön und das ganze auf der anderen seite auch noch das beleuchten waren wir aber dann in der nächsten folge ich würde sagen wer es gefallen hat dann lasst doch eine positive bewerte da oder ein abo würde ich mich echt drüber freuen denn abonnieren ist kostenlos wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis morgen ciao leute